Nachdem Camille den Zug verpasst hatte, der sie nach Hause bringen sollte, trat sie auf einen älteren Mann, der Schwierigkeiten am Bahnhof hatte. Sie zögerte nicht, ihm zu helfen, indem sie sein Ticket kaufte, damit er seine Reise fortsetzen konnte. Allerdings hatte Camille zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, dass diese scheinbar zufällige Begegnung unvorhergesehene Konsequenzen für ihre eigene Zukunft haben könnte. Es war ein heißer und stickiger Nachmittag, als die Uhr an der Wand des Baumarktes fünf vor sechs zeigte. Camille, eine entschlossene junge Frau, beobachtete ungeduldig, wie die Zeiger langsam vorrückten. Ihre müden Augen sehnten sich nach dem Moment, in dem die Arbeitsroutine dem verdienten Ruhestand Platz machen würde. Mit dem Rucksack bereits gepackt und sorgfältig hinter dem Tresen platziert, schien dieser Gegenstand ihre Sehnsucht nach dem Komfort ihres Zuhauses zu symbolisieren. Mit jedem Tick wuchs die Erwartung, und Camille wusste, dass sie bereit sein würde, sobald die Uhr sechs Uhr schlug. Der Baumarkt befand sich am einen Ende der Stadt, während ihr Zuhause am anderen lag. Um dorthin zu gelangen, musste sie einen Zug nehmen, der pünktlich um 15 Minuten nach sechs abfuhr. Camille hatte nur wenige Minuten, um die Strecke zwischen dem Geschäft und dem Bahnhof zu bewältigen, ein Wettlauf gegen die Zeit, der sich täglich wiederholte. Während die Uhr weiterhin ihren langsamen und unaufhaltsamen Lauf nahm, stellte sich die junge Frau mental die Route vor, die sie zurücklegen musste. Die überfüllten und belebten Straßen schienen jeden Tag herausfordernder zu sein. Ihre Arbeitskollegen, die sich an Camilles Routine gewöhnt hatten, sahen sie mit Sympathie an. Camille, kurz davor, ihren Rucksack zu schnappen, spürte eine sanfte Berührung auf ihrer Schulter. Als sie sich umdrehte, sah sie einen Kunden, der nach Beratung darüber suchte, welche Farbe am besten für die Außenbereiche seines Hauses geeignet wäre. Obwohl die Uhr weiterhin erbarmungslos herunterzählte, wusste Camille, dass sie den Kunden nicht ignorieren konnte und das Risiko, ihren hart erkämpften Job zu verlieren, nicht eingehen dürfte. Ihr Vorgesetzter, wachsam, beobachtete jeden ihrer Schritte. Die Verantwortung lastete schwer auf ihren Schultern, als sie eine schnelle Entscheidung traf. Mit einem freundlichen Lächeln bat Camille den Kunden, sich dem Tresen zu nähern, und verdrängte den Gedanken an ihre bevorstehende Abfahrt. Der Kunde erklärte seine Bedürfnisse, sie antwortete geduldig und aufmerksam auf jede Frage. Währenddessen setzte die Uhr ihren unaufhaltsamen Lauf fort und näherte sich gefährlich der Abfahrtszeit des Zuges. Camille spürte den Druck mit jedem Sekundenzeiger, behielt jedoch ihre Fassung bei. Endlich, nach einem ausführlichen und klärenden Gespräch, half Camille dem Kunden, die perfekte Farbe für seine Bedürfnisse auszuwählen. Auf dem Weg zur Ausgangstür im Laden spürte Camille den Zeitdruck. Sie wusste, dass sie an ihre Grenzen ging. Camille war keine gewöhnliche junge Frau, die darauf brannte, nach Hause zu kommen und sich auszuruhen. Für sie war pünktliches Nachhausekommen mehr als ein Wunsch, es war eine lebenswichtige Notwendigkeit. Als ehemalige Strafgefangene befand sich Camille in einer Bewährungszeit und kämpfte um ihre endgültige Freiheit. Dieser Erfolg hing von der strengen Einhaltung einer Reihe von Beschränkungen und Verpflichtungen ab, darunter die Notwendigkeit, jeden Tag bis spätestens 7 Uhr zu Hause zu sein. Jede Minute zählte für Camille, und ihr Zeitplan war streng durchorganisiert. Sie wusste, dass sie es sich nicht leisten konnte, den Zug zu verpassen, der um 6.15 Uhr abfuhr. Mit einer schwierigen Vergangenheit und vielen Hindernissen im Leben wusste Camille, dass das Finden eines Jobs keine leichte Aufgabe sein würde. Als sich die Gelegenheit bot, in einem Baumarkt zu arbeiten, auch wenn er weit von ihrem Zuhause entfernt war, erkannte sie, dass dies die Chance war, auf die sie so lange gewartet hatte, um sich selbst und anderen zu beweisen, dass sie einen neuen Weg in ihrem Leben eingeschlagen hatte. Camille rannte durch die Straßen, verzweifelt, um rechtzeitig zum Bahnhof zu gelangen. Jeder Schritt wurde von einer Mischung aus Angst und Entschlossenheit angetrieben, aber leider wurde sie, als sie schließlich ankam, von dem grausamen Anblick des abfahrenden Zuges begrüßt, der sie zurückließ. Eine Welle von Frustration und Traurigkeit überkam sie. Die Gelegenheit, diesen Zug zu erwischen, war ihr durch die Finger geglitten. Mit den Augen auf die leeren Gleise gerichtet, erkannte Camille, dass der nächste Zug erst in 30 langen Minuten abfahren würde. Es gab nichts anderes zu tun, als sich hinzusetzen und zu warten. Ihr erschöpfter Körper sehnte sich nach verdienter Ruhe, aber ihr Geist war unruhig und besorgt über die möglichen Konsequenzen dieser Verzögerung. Am nächsten Tag hatte sie eine entscheidende Anhörung, die darüber entscheiden würde, ob sie endlich ihre endgültige Freiheit erlangen oder weiterhin unter Bewährungsauflagen stehen würde. Die Zeit lief ab und die Angst wuchs mit jeder vergehenden Minute. Camille befürchtete, dass diese unerwartete Verzögerung auf dem Weg nach Hause ihr Ansehen bei den Behörden beeinträchtigen und das Urteil gefährden könnte, das ihr Leben verändern könnte. Mit gesenktem Kopf und unruhigen Gedanken setzte sich Camille auf eine der Bänke am Bahnhof. Ihr Herz pochte schnell, während sie nach einer Lösung für dieses Missgeschick suchte. Die Unsicherheiten quälten sie, und sie fragte sich, ob diese unerwartete Verzögerung alles gefährden könnte, was sie bisher erreicht hatte. Lauschen dem Echo der Schritte der Menschen, die durch den Bahnhof gingen, versuchte Camille, ihre Emotionen zu kontrollieren und die Kraft zu finden, sich dem Bevorstehenden zu stellen. Hoffnung und Angst verflochten sich in ihr und bildeten ein komplexes Gefühlsnetz. Während sie auf den nächsten Zug wartete, bemerkte Camille einen älteren Herrn, der Schwierigkeiten hatte, sein Ticket zu kaufen. Er versuchte, mit dem Bahnhofsmitarbeiter zu argumentieren, aber die Situation schien nicht zu seinen Gunsten zu sein. Sein Gesichtsausdruck zeigte eine Mischung aus Frustration und Verwirrung. Camille sah zu, wie der Herr sich auf eine nahegelegene Bank setzte, den Blick in Gedanken verloren. Camille entschied sich, näher zu treten und zu sehen, ob sie behilflich sein konnte. Mit einem freundlichen Lächeln sprach sie den Herrn an, Hallo, ich habe gesehen, dass Sie Probleme haben. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Der ältere Mann sah Camille überrascht an, dankbar für die Freundlichkeit der unbekannten jungen Frau. Er erklärte, dass er es nicht gewohnt sei, den Zug zu nehmen, aber an diesem Tag war sein Auto kaputt gegangen, und als er versuchte, das Ticket zu kaufen, stellte er fest, dass seine Karte nicht funktionierte. Außerdem hatte er nicht genug Bargeld dabei, um das Ticket zu bezahlen. Der Herr schien ratlos angesichts dieser unerwarteten Situation. Camille fühlte mit dem Herrn und entschied sich zu handeln. Sie sagte, kommen Sie mit mir, ich werde Ihnen das Ticket kaufen. Während sie nebeneinander saßen, warteten Camille und der Herr auf den Zug. Während die Zeit verging, führten sie freundliche Gespräche. Der Herr drückte seine Dankbarkeit aus und wollte mehr über die freundliche junge Frau erfahren, die ihm in seiner Not geholfen hatte. Camille, ohne sich für ihre Vergangenheit zu schämen, entschied sich, dem Herrn einen Teil ihrer Geschichte zu erzählen. Sie erklärte, dass sie in jüngeren Jahren einen charmanten jungen Mann kennengelernt hatte, in den sie sich tief verliebt hatte. Als die Beziehung fortschritt, stellte sie jedoch fest, dass der junge Mann in gefährliche Wege verwickelt war und an Raubüberfällen und anderen illegalen Aktivitäten teilnahm. In einer verhängnisvollen Situation bat er sie, das Auto während einer seiner kriminellen Aktionen zu fahren. Verliebt und von ihren Gefühlen beeinflusst, stimmte Camille schließlich zu. Der Raubüberfall endete in einer Katastrophe und führte zu einer intensiven Polizeiverfolgung. Camille wurde schließlich verhaftet und verbrachte Jahre im Gefängnis für ihren Fehler. Sie betonte dem Herrn gegenüber, dass sie nie wieder diese Person sein würde. Sie hatte aus ihren Fehlern gelernt, bereute ihre Taten und war entschlossen, einen Weg der Wiedergutmachung zu gehen. Der Zug kam schließlich an, und Camille und der ältere Herr stiegen zusammen ein. Während sie ihre Sitze fanden, fuhr Camille fort, ihre Sorgen und Ängste mit dem Herrn zu teilen. Sie sprach über ihren Job im Baumarkt, erwähnte die wichtige Anhörung, die sie am nächsten Tag haben würde, und drückte ihre Besorgnis über die Verspätung an diesem Tag aus. Der ältere Mann schien voll und ganz auf Camilles Worte zu achten, hörte ihr mit Empathie und echtem Interesse zu. Er bot Worte der Ermutigung und des Trostes an, vermittelte ihr ein Gefühl von Unterstützung und Vertrauen. Als der Zug sich der Station näherte, an der der Herr aussteigen sollte, verabschiedeten sie sich herzlich. Camille empfand eine Mischung aus Dankbarkeit und Zufriedenheit, dass sie ihre Geschichte mit jemandem geteilt hatte, auch wenn es ein Fremder war, den sie wahrscheinlich nie wiedersehen würde. Camille war sich immer noch nicht bewusst, dass diese Begegnung mit dem älteren Mann nicht nur ein zufälliges Treffen war. Camille kam schließlich um 7.15 Uhr nach Hause und empfand eine Mischung aus Erleichterung und Besorgnis. Der Tag war voller Herausforderungen gewesen und jede zusätzliche Minute auf dem Rückweg hatte ihre Angst verstärkt. Doch ihre Hoffnung schwand, als das Festnetztelefon hartnäckig klingelte und sie abhob. Am anderen Ende der Leitung erklärte eine feste und autoritäre Stimme, dass sie versucht hatte, ihre Anwesenheit zu Hause seit genau 7 Uhr zu bestätigen. Camille spürte, wie ihr Herz sank, als sie diese Worte hörte. Sie verstand sofort die Ernsthaftigkeit der Situation und die Bedeutung dieser 15 Minuten, die in ihrer Akte vermerkt werden würden. Die Stimme am Telefon machte deutlich, dass diese zusätzlichen Minuten als Verstoß gegen ihre Bewährungsauflagen angesehen werden könnten. Diese Information würde bei der für den nächsten Tag angesetzten Anhörung berücksichtigt werden, bei der über ihr endgültiges Schicksal in Freiheit entschieden werden sollte. Camille spürte einen Knoten in ihrem Hals. Sie hatte sich so sehr bemüht, alle ihr auferlegten Beschränkungen und Verpflichtungen zu erfüllen. Jede Handlung und Entscheidung war sorgfältig und entschlossen getroffen worden, aber jetzt schienen diese zusätzlichen Minuten alles zu bedrohen, was sie aufgebaut hatte. Am nächsten Tag kam Camille frühzeitig vor dem Gericht an, wo ihre Anhörung stattfinden würde. Ihr Herz schlug schneller, begleitet von einer Mischung aus Hoffnung und Besorgnis. Sie vertraute darauf, dass der Richter Verständnis für ihre Verspätung haben würde und dass er ihr Argument für die unvorhergesehene Verzögerung akzeptieren würde, anstatt anzunehmen, dass sie einfach ziellos durch die Straßen gegangen war. Als sie den Raum betrat, der für die Anhörung vorgesehen war, spürte Camille einen Schauer über ihren Rücken laufen. Ihre Augen trafen die des Richters, der für ihren Fall zuständig war, und eine Mischung aus Überraschung und Emotion überkam sie. Es war derselbe ältere Mann, den sie am Vortag am Bahnhof geholfen hatte. Ein sanftes Lächeln erschien auf den Lippen des Richters, als er Camille in diesem entscheidenden Moment erkannte. Er war nicht nur Zeuge ihrer Verspätung, sondern auch ihrer Geschichte der Veränderung und ihres Engagements, einen Weg der Wiedergutmachung zu verfolgen. Der Raum wurde still, als der Richter seine Position einnahm und die Verhandlung begann. Camille teilte ihre Version der Ereignisse und erklärte die Situation, die zu ihrer Verspätung geführt hatte, und bekräftigte ihren Willen, ihre Vergangenheit zu überwinden und ein neues Leben aufzubauen. Der Richter hörte aufmerksam den Worten von Camille zu, beobachtete sie mit scharfen Augen und Verständnis. Er berücksichtigte nicht nur die zusätzlichen Minuten auf dem Heimweg, sondern auch die Reise, die Camille seit ihrer Inhaftierung unternommen hatte, ihr Engagement zur Rehabilitation und ihren echten Wunsch, eine bessere Person zu werden. Nach den Argumenten ergriff der Richter das Wort. Er erkannte die zufällige Begegnung, die sie am Bahnhof hatten, und wie sie einen bleibenden Eindruck in seinem Geist hinterlassen hatte. Er teilte ermutigende Worte und betonte die Bedeutung von Vergebung, Wiedergutmachung und der Möglichkeit zur Veränderung. Dann wurde das Urteil gesprochen. Der Richter berücksichtigte Camilles Geschichte, ihre Entwicklung während der Bewährungszeit und die außergewöhnlichen Umstände der Verspätung. Er entschied, dass die Verspätung nicht gegen sie verwendet werden sollte, da ihre Veränderung und ihr Engagement diese zusätzlichen Minuten überwogen. Nach einer Reise voller Herausforderungen, Überwindungen und Lernen hatte Camille endlich ihre lang ersehnte endgültige Freiheit erlangt. Das positive Urteil des Richters in der Verhandlung ermöglichte ihr eine helle Zukunft voller Möglichkeiten. Während sie auf eine Zukunft der Freiheit und Chancen zuging, trug Camille die Erinnerung an den älteren Herrn und die bedeutsame Rolle, die er in ihrer Reise gespielt hatte, in sich. Sie war entschlossen, diese Begegnung zu ehren, weiter zu wachsen, sich zu rehabilitieren und denen zu helfen, die ihren Weg kreuzten, so wie der ältere Herr es für sie getan hatte. Camilles Geschichte war ein Beweis dafür, dass manchmal die unerwartetsten Begegnungen zu einem Wendepunkt in unserem Leben werden können und uns auf Weisen verändern können, die wir uns nie hätten vorstellen können. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, bitte ich Sie, ein Gefällt mir? dazulassen und dieses andere Video, das jetzt auf dem Bildschirm erscheint, wird Sie wahrscheinlich auch berühren. Viel Spaß und bis zum nächsten Video! 1. 3. 9. 10.